Hey Leute, was geht? Ich bin's Conny und heute spielen wir zusammen mit Roblox Victor den Big Brain Simulator. Hallöchen. Oh Gott, was ist hier passiert? Ich seh die Pommes da. Ja, ich seh die Pommes. Wir haben sehr kleine Köpfe, weil wir noch keine Big Brains haben. Hm, wir sind noch nicht Big Brain. Aber siehst du den hier? Siehst du den? Boah, ja. Er hat einen Big Brain. Warte, was ist das? Oh mein Gott, was ist mit deinem Kopf passiert? Was ist mit seinem Kopf passiert? Stimmt, guck, du musst klicken. Guck mal, wie big das Brain wird. Ich muss so lesen. Ja, du musst so klicken. Okay, mein Kopf wird größer. Oh, warte, was? Ah, das ist wie dieser Mining Simulator. Das ist wie jeder andere Simulator auch. Ich hab nur Mining Simulator gespielt. Aber diesmal ist er mit Big Brain. Das ist eins wie Mining Simulator, aber mit Big Brains. Oder wie Saber Simulator oder wie Bubblegum Simulator. Können wir mit unseren Big Brains irgendwas machen? Wir können Upgrades kaufen und uns bigere Bücher kaufen. Okay, dann hole ich mir ein Upgrade. Ich hole mir jetzt ein Buch, mit dem ich 5 IQ-Punkte per Klik bekomme. Das wird episch. Okay, wo kann ich meinen Rucksack upgraden? Da. Ich hole mir jetzt auch einen besseren Rucksack. Jetzt hab ich... Ah, nee. Jetzt hab ich 50 IQ-Punkte maximal. Das ist schlimm. Man hat nur maximal 25 IQ-Punkte am Anfang. Okay. Ich würde sagen, das ist ein bisschen problematisch, oder? Was? Problematisch? Dass man nur 50 IQ-Punkte hat am Anfang. Nein. Wo sind die Pommes eigentlich hin? Wo sind die Pommes? Ich bin so ein Big Brain. Wo bist du überhaupt? Ich bin neben dir. Du siehst aber nicht so aus, wie ich dich in Erinnerung habe. Warum hast du dich so hübsch gemacht für mich? Ich hab ne Mütze jetzt auf. Ich muss so hübsch werden. Warte, ist das... Da ist die chinesische Mütze. Ja, das ist die chinesische Mütze. Aber da sind wieder die Pommes. Siehst du die Pommes da? Ja. Die haben... Die Pommes hat so einen Big Brain. Ich habe 0 IQ und 490 Dollar. Also wie im echten Leben. Dann hast du mehr als ich. Wie viel maximal IQ hast du? 100. Oh, du bist viel weiter als ich. Ich hab das grüne Buch schon. Digga, du bist viel weiter. Warum's... Ich weiß nicht. Ich hab einfach nur links-klick-rechts-klick gedrückt. Die ganze Zeit. So rechts-klick dort, wo ungefähr dieser Sell-Button ist, wenn man zu viele IQ-Punkte hat. Ja. Und dann einfach nur die ganze Zeit links-klick drücken. Das ist, was ich die ganze Zeit gemacht habe. So bin ich reich geworden. Das mach ich jetzt auch. Schlau. Ey, der, der als erstes 1000 IQ hat, hat gewonnen, okay? Okay, okay, okay. Ich werd gewinnen. Ich werd sowas von gewinnen. Ich werd sowas von gewinnen. Wie soll ich das nochmal aufholen? Ich werd sowas von gewinnen. Ich hab schon 690 Dollar. Der Typ hat einen Bart. Anton, Anton. Ja? Komm, komm hier hinten. Links, links. Warte, wo, wo, wo? Wo ist links? Das ist... Ist das ein Bart oder... Ne, das war das Buch. Links, wo bist du? Da, hier ist links. Du hast so... Ich dachte, der Typ hat einen Bart. Aber er hat ja keinen Bart. Anton. Ja? Guck, ich hab schon die 400 IQ, hä? Aber ich bin so schlau. Wo bist du? Hier, 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 hier. Ich bin hier. Boah, was ein Chat, Alter. Oh. Du, der hat trainiert. Ehrlich? Das kostet schon 1.000 Platz. Es kostet doch nicht 2,5. Das ist ne Verarschung. Oh, oh. You need 5 more coins. Das hat er aufgerundet. Ich hab für 2,5k gekauft. Oh, oh. Das ist doch... Oh, das ist krass. Die haben aufgerundet, die scheiß Anzeige. Das ist krass. Das ist groß, Digga. Das ist groß. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich werd gewinnen. Ich werd gewinnen. Hör auf zu gewinnen. Hör auf zu gewinnen. Ich werd so schlau. Ich werd gewinnen. Okay, wir machen einen Deal, okay? Du gewinnst nicht und ich gewinn dafür, okay? Nein. Ich werd gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Ich werd gewinnen. Meine IQ-Punkte, die steigen so schnell. Ich weiß. Ich bin so schlau. Das Buch macht mich so schlau. Ich bin der Klügste man der Erde. Ich bin der Klügste man der Erde. Oh. Bam. 1,1.000 IQ. Was? Jetzt schon? Ja. Ja. Ich hab erst 400. Ich bin so schlau. 1,6.000 IQ. Wie willst du das schlagen? Du hast gewonnen. Wie willst du dagegen ankommen, hä? Siehst du meinen Schädel? So schlau bin ich. Siehst du meinen Schädel? Ich seh deinen Schädel. Ich bin so schlau. Warte, 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 warte. Ich glaub, das ist nicht so gesund. Was kam mit deinem Kopf? Warte. Ich glaub, das ist nicht so gesund. 1,1.000 IQ. Ey, ich hab trotzdem gewonnen, ja? Ja, du hast gewonnen. Komm, wir gehen jetzt durch die Dimension, okay? Wir gehen jetzt hier durch. Warte, wo? Ich weiß nicht, wo. Dein Gehirn ist voll. Warte, wo bist du? Hier kommt man nicht. Dein Gehirn ist voll. Hier kommt man nirgendwo hin. Uh, Recommended IQ 10.000. Hm, wollen wir noch bis zu 10.000 machen? Wer als erstes 10.000 hat? Ja, da steht, da steht, ähm, Recommended IQ 10.000. Und dann ist das so ein Gehirn. Okay. Die ganzen... Was geht mit dem Pommes ab eigentlich? Die ganze Zeit, der... Die Pommes haben so fett, so einen krassen, großen Kopf die ganze Zeit. Feature Product. Make it rain with coins for the whole server. 120 Robux. Ich hab gehört, du kannst Anton. Oh, lol. Ja. Anton, Anton, Anton. Ja. Wo bist du, wo bist du? Ich bin am Verkaufen. Siehst du mich? Ja, ich seh dich. Komm zu mir, komm zu mir. Du Small Brain. Oha. Hat er ne Crest? Oder nicht? Ist das sein Kopf? Nee, der macht nichts. Der ist einfach nur... Das ist ein Big Brain. Der ist einfach nur ein Baby Brain, so ein Idiot. Der kann ich mal sprechen, der sagt Fragezeichen. Wie sind diese Big Brains hier? Wie sind die Grabaren? Oha, guck dir mal dieses Big Brain an. Oh mein Gott. Seine Brille wird auch größer, desto schlauer er wird. Wusstest du nicht, dass das im Echt auch so ist? Nein. Ich wusste es. Das ist der wahrhaftige Big Brain von uns beiden. Ich will jetzt die 10.000 IQ voll machen. Oh, okay, okay. Ich werd gewinnen, ne? Ich werd gewinnen. Wie viel IQ hast du denn grad? Ja, ich habe gerade 500 IQ, aber ich hab 9300k. Warte, was? Ich hab 3,2.000. Tja, und ich hab jetzt das orange Buch. Du wirst mich nie wieder aufhalten. Oh nein, oh nein. Wie viel kostet das? Wie hat es gekostet? 10k. Oh nein, ich hab grad 10k für IQ-Platz ausgegeben. Das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Haha. Ich hab die falsche Entscheidung getroffen. Ich werde dich vernichten. Mein Brain ist stärker als deins. Hast du grad gesehen, was ich gemacht habe? Ich hab zwei Wörter im Nachhinein gesagt. So richtig beschissen. Und jetzt werde ich im Nachhinein, wenn ich das zusammenschneide, werde ich das, ähm... Werde ich die Paus einfach rausschneiden. Ich werd gar nichts schneiden, Digga. Ich werd einfach nur Pausen zwischen uns beiden rausschneiden und alles wird so drinnen. Du solltest schon ein paar Sachen. Alter, wie diese Chats da rumlaufen mit ihren Big Brains. Ja, das sind so schlaue Leute. Aber dieser Baby Brain hier. Siehst du mich? Ich bin hier. Hier. Dieses Baby Brain hier. So ein Opfer. Oh fuck, er wächst. Er wächst. Oh mein Gott, was geht mit dem Typen ab? Hm, wie viel Kuh bist du mit dem Momentan? Ich bin gerade 200, 400, 600, 800, 1000. Mann, ich brauch noch 400 Geld. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Ja, Mann. Du wirst mich nicht mehr überholen können. Ich werd dich noch überholen. Nein. Komm, 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 ich werd dich noch überholen. Wie viel Kuh Platz hast du denn? Du wirst mich noch überholen. Wie viel Kuh Platz hast du? Ich hab 6,4K. Ich auch. Ja, und gleich werde ich 10K haben. Also mehr. Oh nein. Kaufst du dir gerade das nächste Buch? Ich kauf mir jetzt das nächste Brain. Wie kostet das denn? Jetzt hab ich 12K. Jetzt muss ich nur noch zusammensammeln. Oh nein. Du hast keine Chance mehr. Oh nein. Oh nein. Ich bin der Erste mit 10.000 IQ. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ich hab gewonnen. Oh mein Gott. Das kostet 20.000 Geld. Du hast keine Chance mehr. Oh mein Gott. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Du brauchst doch zwei volle Hirne, um da anzukommen. Mindestens. Oh mein Gott. Ja. Ich hab verloren. Tja, das kommt davon, wenn man seine Bücher nicht studiert. Ja. Ich hab einmal die falsche Entscheidung genommen. So ein Opfer dieser Viktor nicht mehr. 10.000 IQ. Ja. Ich hab gleich auch die voll, ja? Ich hab auch gleich die 10.000 voll. Ja, mach das ruhig. Mhm. Was auch immer du vor richtig hältst, Viktor. Ich lerne grad für die 10.000 IQ, hä? Haha, ich... Siehst du meine chinesische Flagge wachsen? Ja. Ja. Siehst du, wie das Buch im Kopf verschwindet? Siehst du, wie mein Kopf durch mein Buch geht? Ja. Ich glaub, ich hab ehrlich Hunger auf das Buch. Aber nur die Mitte. Hahaha. Ja, Rende mag ich nicht, wie beim Brot. Bam! 10.000 IQ, hä? Ich hab auch grad 10.000. Na, ist ja eine Lüge. Äh. Jetzt hab ich 11.000. Das nächste Buch kostet 50.000. Lass mal lieber jetzt aufhören. Ja, wir sollten aufhören. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's erstmal mit Big Brain Simulator. Wenn ihr noch mehr Videos davon sehen wollt, oder wenn ihr noch mehr Videos mit Roblox Viktor sehen wollt, dann lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und vergesst natürlich nicht, auch Viktor zu abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschau! Untertitelung des ZDF, 2020